jo leute willkommen zurück zu stexel eine weitere folge und ich würde sagen wir müssen gleich auf jeden fall den napfeln können die hier ernten so das sieht doch gut aus und sobald ich die alle geerntet habe moment oder bewässert habe je nachdem was die nötig haben wächst prächtig okay sind die die einzigen nee doch also karotten und kartoffeln und rote beete ist das einzige was ich jetzt aber ernten konnte hast du gut gefunden dafür kriegst du auch was nämlich futter futter moment wo drüber war das hier ich habe lange kein sex gespielt muss ich ehrlich sagen das war eventuell das falsche deswegen gehen wir einmal los und holen uns richtiges das passende futter so ich weiß dass die teuer sind ok so zwölfter frühlingstag klatsch ich wüsste nicht was ich damit machen sollte außer halt verkaufen wenn ich ehrlich bin auch die geben sogar null die geben einiges muss ich sagen geben 0 finde ich fair so jetzt bin ich gespannt also rote beete würde sogar mehr bringen als 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 kartoffeln trotzdem möchte ich natürlich beides haben und dementsprechend möchte ich auch erst einmal ich meine ich hatte ja letztes mal schon gesagt dass ich eigentlich nach der sammaschine gucken wollte das ist zum kochen da saatguthersteller so heißt das ding eine versandstation wäre auch cool aber jetzt muss ich erst einmal ne 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 Jetzt hätte ich ausrechnen müssen, ob diese 450 waren es, ne? Es ist sogar genau der Wert, also es bringen beide genau das gleiche ein. Es bringen beide absolut identisch ein. Also ist es sogar vollkommen egal. Was ich noch anpflanzen wollte, war auf jeden Fall 1, 2, 3, 4 davon, 4 Apfelbäume. Pfirsich könnte ich auch noch anpflanzen. Piana. So. 1, 2, 3, 4. Und auf jeden Fall 1, 2, 3, 4, 5. So. Denn ich möchte ja so schnell es geht jetzt eigentlich unabhängig von der Stadt werden. Und das werde ich halt am ehesten, wenn ich auch Samen alleine herstellen kann. Ah. Okay. Dann brauche ich einmal, wo habe ich es denn hinbekommen? Achso. Ne. Erst einmal nehmen wir jetzt das Hai. So. Hier füllt mir zwei Einheiten. Jetzt werde ich Kartoffeln auf jeden Fall noch aussäen. Und die rote Beete. Sogar wieder auf die gleichen Felder. Ich habe jetzt gar nicht darauf geachtet, aber es sind wieder die gleichen Felder wie vorher auch. Gut. Von der 50-50 Chance, wo ich halt anfange. So. So. Die müssten sogar noch fertig werden. Weil die halt irre schnell fertig werden. So. Die Frage ist. Wo. Wo ich denn die Bäume hinpflanzen werde. Ich glaube ich hier. Ich glaube ich mach das hier. Okay. Zack, 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 zack und so und jetzt. Ja. Ja. Ne, das ist Hammer. Arbeit. Kann man unter den Gräsern wegholfen? Ja, kann man. So, Moment. Machen wir so. Okay. So, jetzt ist die Frage. Echt, da brauche ich einen Hammer für? Na gut, dann holen wir uns jetzt mal so langsam den Hammer. Den habe ich sogar. Ah. Hab mir überblättert. Okay. Und. Einmal das. Ich kann mir nämlich durchaus vorstellen, dass ich Löcher buddeln muss. und da die Samen reinpacken muss. Okay. Dich noch. Und. Dann. Auf umgegrabenem Boden. Das heißt, ich brauche die Hacke mal wieder. Du da rein? Ich da rein. Was brauche ich denn eigentlich gerade mal nicht? So Steine brauche ich gerade nicht. Weg damit. Ich muss unbedingt mal hier mein Häuschen erweitern. So. Ah ja. Okay. Jetzt ist die Frage. Wächst der so dicht am Zaun? Ich glaube. Ich. Hä? Achso. Ich glaube ich mache das lieber so. Dann bin ich auf der sicheren Seite. So und dann. Dann hätte ich es gern so, dass. 1, 2. 1, 2. Und dahin. 1, 2. Moment. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Du dahin. 1, 2. 1, 2. Dann wäre der da. Ne. Blöd. 1, 2. Dann wäre der da. So. Ach. Verdammte. So. Zack. 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 Okay. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Da. 1, 2. 3. 4. Dahin. 1, 2. 1, 2. 1, 2. hin. So. Du kommst mal mit. So. Wir basteln uns jetzt eine schöne Farm und hoffen, dass ich noch pünktlich fertig werde. Zack. Das geht halt nicht. Okay. Äh. Okay, die brauchen noch mehr Platz zum Wachsen. Verdammt, das war blöd. Äh. Eins, zwei. Eins, zwei. Da hin. Nee, wir machen das mal hier hin. Alter, wie viel Platz brauchen die denn bitte? Oder geht es dabei um die... um die hier? Wait. Alter, ey. Wie viel Platz brauchen die denn? Ah, ich hab den Hammer weggepackt. Wie viel Platz braucht das Teil denn? Ich glaube, ich kann das irgendwie knicken mit, äh, ich pflanze jeweils vier an. Okay. So. Das sind Fliegenpilze im Übrigen. Also, ich hätte nicht erwartet, dass es so teuer ist. Vom Platz her. Also, vom Platzmanagement. Teuer ist, die, äh, Bäume anzupflanzen. Ich dachte wirklich, es geht nur, ja, du musst halt einiges an Kohle haben, aber dann ist das easy. Alter, ey. Okay. Okay. Zack. 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 What? Okay. Das ist doch ein... Ah, Moment. Moment. Kann es sein, dass... Ja. Ja. Verstanden. Okay. Ich hab's verstanden. So. So. Okay. Haha. So. Okay. Okay. Dann... Würde ich einmal sagen... Hier ein bisschen... dran rum... rumroppen. Du wirst langsam müde. Ja, das weiß ich selber. Ich hätte aber gerne noch... So. Oh, verdammt. Nein. Nein, 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 nein. Nee, Hacke, Hacke, Hacke. Okay. Das war schlecht. Leute, wenn es euch gefallen hat, liked das mit mir auf jeden Fall freund und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei das Texte. Haut's rein. Bis dahin. Ciao, ciao.